Noch mehr Typen? Ja! Okay, die weichen aus, also muss ich die... So, fährt es noch nicht. Und... Weiter geht's hier. Einmal in die Luft schlagen und kontern. Bam! So macht man das. Ist ja wie Batman hier. Doch, der ist einfach... Das wollte ich jetzt nicht. Äh, ich glaub, der ist grad ausgewählt. Ich mach die Sprüche dazu, das ist witzig. Mag ich mich. Okay. Bums. Richtig so. Ach cool, er hat auch die Dingens hier, die, die, äh... Dingens da. MPs an der Seite jetzt. Wenn ich so drücke, dann hat er die Pistolen. Gewehre, Pistolen. MP, Pistole, MP, Pistole, MP, Pistole, okay. MP. Äh, was war das jetzt da? Ach so, ich glaub, das war so ein Bonus-Ding, wo man Punkte abgreifen konnte. Na ja, oder... Keine Ahnung. Hä, wo bin ich hier eigentlich? Ach so, ich glaub, ich kam von da. Bin aber nicht sicher. Egal. Punkte. Geld. Taster. Moneten. Kohle. Cash. Hullu? Okay. Der fülle ich grad seinen Kopf. Doch nicht. Äh, G. Hullu? Bums. Hat einfach mal keiner erwischt, aber egal. Geh tot. Ich, ich zieh so sehr auf die Köpfe. Ich sollte auch mal die Köpfe treffen. Oh, Tacos. Cool. Ich mag Tacos. Oh, du willst du? Äh, nicht gut. Bäh. 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 Ja, ich glaub, das wird schwerer, jetzt, weil ich gleich draufgehe. Deswegen, also schnell, schnell zu den Deckel. Bäh. Uncool, uncool, uncool. Der ist jetzt weg. Bäh. Granate. Uncool. Oh, nee, nicht wieder so ein dicker. Ich mag die nicht. Was ist denn das für ein Fettsack? Ich mag die, ich mag die nicht. Warum haben die solche? Warum gibt es solche? Woher kommen die? Es ist Zeit. Zeit. Wääh. Bäh. Wieder draufknallen, immer schön. Nachladen. Und Puff. Weg. Ha, daneben. Idiot. Und Headshot. Und Deadpool-Punkte. Oh yeah. Ja, der Kabel. Stimmt. Hey, man out of time. What are you doing here? We haven't seen him since our run in the comics together. Oh, I love reunions. Wade, I need you to listen closely. I've time traveled from the future to bring you a dire warning about- Oh god, here he goes again. He's not here ten seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. Sinister has knocked out the X-Men by broadcasting- We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on- Which all hinges on you, Wade. Now here's the critical part. It's so boring. Nein, ich lasse dich noch leiden. Einfach, weil's witzig ist. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Munch. 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 Dammit, Wade! Fitibus. Munch. Fitibus. Oh, man, did that hurt! So, we give Cable the slip? Looks like he left a note. What does it say? Idiot, meet me at the north end of the city. What? Who the hell is Cable to give us orders in our game? P.S., if you don't arrive within one hour, you'll miss the incredibly large-breasted naked woman who claims to be your biggest fan? Oh, don't fall for that one again. But what if Cable memes it this time? We can't take that chance. large-breasted naked fan lady, we're on our way. Du-du-du-du-du-du. Richtig, auf geht's. Oh-ho-ho-ho-ho. Was machen? Aber erst mal... Now I have a big gun. Yeah-he-he-he. Und... Tschüss. Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. woooooohooo Wer will sich mit mir annehmen? Ohohohoho Bums 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 Schön Ach die kleben sogar, das ist echt cool Hey Bums Und du Und du dahinten Und du dahinten, sagte ich Bums Nicht schummeln Noch einer Schön Fuck, keine Muni mehr Äh, achso, okay Ah, okay, das macht Sinn Neue Pläne Ich finde das schön, wie der immer referenzieren, ob ihr mit der Spiele den Halt gemacht habt Sonst kein Sinn ergeben Und der es auch sagt, das ist schön Mag den Komm den, der schießt immer Du siehst, wie du ein bisschen Luft brauchen Oder auch nicht Doch Takus Mjom, mjom, mjom Wie viel habe ich eigentlich, glaube ich Oh ja Oh nein Nicht wieder so ein Fettsack Uncool Ich glaube, dafür hätte ich die fette Kanone gebrauchen können Ich hätte sie mir aufsparen sollen Aber jetzt ist zu spät, also scheiß drauf Was? Was? Nein! Nicht zwei von denen Uncool Woher kommen die eigentlich? Nein! Granate! Bäh! Ach, getroffen Ums Wie gut, dass ich teleportieren kann Äh, wie lädt die, wie leidet die Kananlage zu, oder? Ne Keine Ahnung Egal, ich verbraten manchmal jetzt Wir brauchen einen Fettboss Gib her Ah, Takus 50 von 100, okay Hab schon die Hälfte der Takus Äh, gesagt Schön Au! Ah, das hat jetzt wehgetan Das ging auf den Nüster Da ist eine Granate Bäh! Aber ist es groß genug? Nein! Eww Fuck, keine Muni mehr! Scheiße! Oho! Er ist auf den einen Immer er ist auf den einen Ups! Angereifelung! Au. Ich dachte schon, warte, ich hab keine Muni mehr. Aber er muss nur nachladen, der Typ. Alter, darf ich mal neben einziehen. Alter. Munition. Meine, meine, meine. Ach, schön. Ohne hinzugucken. Immer wieder schön. Und. Und, und. Äh, fuck. Als er dieses Nachladen macht. Fuck, ich glaube, ich hab gleich wirklich keine Munition mehr. Das ist eine Granate. Fuck. Scheiße. Keine Muni mehr. Ähm, was mach ich jetzt? Ich kann hier hoch. Ja, ich kann hier hoch. Da kann ich nicht die Tor drauf. Scheiße, die Wandern. Das hab ich nicht. Scheiße. Keine Muni-Bahn. Verdammt. Was mach ich jetzt? Ja, ich will ja Muni haben. Na, Kampf geht, glaube ich, nicht so gut. Okay, na, Kampf geht wirklich nicht so gut. Aber das ist, glaube ich, meine einzige Möglichkeit. Oh, jetzt schießen die auch noch. Heilung. Danke. Ich weiß, was ich gesagt habe. Okay, wenn ich eine heiße Fan-Gro, wo wäre ich? Wahrscheinlich etwas mit schlechten Leuten verinfestet. Guten Punkt. Wir machen unseren Weg hoch. Au. Was ist das? Diese Gegend hat sich nicht einmal. Okay. Ich muss mal, äh... Hm. Hm. Ja. 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 Damit ich auch mal Schrotflinte hab damit, äh, und so, ne? Keurat um 70%. Das brauche ich hier für mich. Das brauche ich. Kann ich mir aber nicht. Achso, okay. Nee, schon gut. Äh, nein. Das ist alles langweilig. Neue Verbesserung. Äh, Schaden. Ja, kann man machen. Aber kann ich mir nicht leisten. Also... Puh. Bäh, he, he. Schrotflinte. Munition voll, okay. Puh. 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 Ach, zwei Schrotflinten. Das ist ja cool. Puh. Ist hier wie ein John Rambo hier. Ähm. Ähm, okay, da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Oh, hey, babe. Was machst du hier? Wait, I'm what? Okay. Alright, if I was a hot fan girl, where would I be? Probably someplace less infested with bad guys. Good point. Let's make our way out. Alter, was macht ihr denn so für Schaden? Das gibt's doch nicht. Alter, was macht ihr denn für Schaden? Ja, das gibt's doch nicht. Uncool. Uncool. Uncool, uncool, uncool. Uncool, echt uncool. Braucht Deckung. Alter, was für Schaden machen wir denn. Wuhu. Uns. Uns. Und ein Takus. Wo ich siehst das? Munition, schön. Und der ist weg. Uh, Granate, uncool. Äh, da. Da ist auch mal eine Granate. Verdammt. Jetzt aber. Verdammt. Komm ich eben außen rum. Ist mir doch egal. Äh, da hoch. Hui. Taku. Was ist das? Wie im Gegensatz hast du noch nicht. Halt die Schnauze. Gib dir gleich. Wie im Gegensatz hast du noch nicht erworben. Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten. Das ist, äh, das Maschinengewehr des Weihnachtsmaßes. Das ist keine Deckung, Kollege, wenn du nicht in Deckung bist. Ja, das ist, ähm, Lebensweisheit. Das ist keine Deckung, wenn du nicht in Deckung, fuck, keine Granate mehr. Und weg. Richtig so. Punkte. Hm. Wie komm ich da hoch? Ah. Haha. Schön. Ich geh mal nach da. Doppelsprung, ja. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Auf meinem ersten Date mit einer Fan-Groum, sollten wir Italien oder Mexikanisch machen? Mexikanisch? Ja, klar. Gut, Karl. Ist doch klar, mexikanisch. Das weiß man doch. Äh, muss ich jetzt... Achso, okay. Hier lang also. Muss Fan-Groum treffen. Warte, was sind das für Typen? Die ganze Zeit diese... Oh-oh. Das wollte ich nicht tun. Ja, ich hab einen Teleporter. Das ist mir gut aufgefallen. Nein, den wollte ich jetzt nicht. Wo ist der? Da. Nein. Da. Da ist er. Darf ich denn mal? Okay. Fällt der halt runter. Ist mir doch egal. Und... Bumm. Okay, das war jetzt nicht so toll, aber egal. Wollt ihr mit dem? Ja, immer. Wie schon gesagt, die sind nicht so cool. Uh, uh, uh. Und Waffenwechsel. Buh, he, he, he. Buh, he, he. Buh, he, he. Okay, dich auch wieder im Markkampf. Man muss hier Abwechslung haben. Das ist ja sonst langweilig. Äh, das will ich haben. Granate. Granate ist cool. Tacos. Nein. Ich hab doch... Ich hab doch gedrückt. Man, bist du doof oder was? Achso, ja, stimmt. Ich hab ja nicht mehr B. Ich... Ich vergiss das immer. Wenn es steht B, dann drück ich auch B. Man. Mexikan. Gut. Go, go, go. Go, go, Gadget Hubschrauber. Yeah, great. You stabbed someone. Congratulations. Okay, jetzt muss er gefallen. Das ist schön. Oh, pack keine Momente. Egal. Mach die manuell. Manuel. Eeeh. Was war das? Ne Granate? Okay, das war ne Granate. Hehehe. Den mach ich natürlich so fertig. Uns. Und weiter geht's hier. Oh, Tacos. Ja. Wie immer. Das Fünfe Eisen. Das haben wir nicht gemacht. Ich hab immer ein Fünfe Eisen dabei. Zur Sicherheit. Wenn du verstehst, was ich meine. Mein Fünfe Eisen. Hahaha. Ja. Ähm. Egal. Einmal hoch. Nach oben. Ich geh nicht wie weh. Au. Au. Ah, ja. Okay, der tut mir weh. Ich darf die Maus nicht bewegen. Verdammt. Geh drauf. Verdammt. Ich bewege mal die Maus. Ich glaub, der kriegt mich nicht. Ich glaub, ich krieg den auch nicht. Great. Now I'm gonna poop lightning bolts. Alter, kann der auch mal drauf gehen. Mann, der geht mir echt auf die Nüsse langsam. Au. Deckung. Deckung. Sammeln. Regeneration. Wenn du zuerst nicht succedest. Versuch. Au. Alter, was macht der da die ganze Zeit für ne Kacke? Und du. Echt uncool. Pack keinen Ohni mehr. Alter. Die machen aber auch echt schade. Alter. Was macht der da für ne Kacke? Die ganze Zeit uncool. Echt ли doch. So laut. Deine Con sind치를 wenig Grunde. Iji. Ja. Ähm. Ähhh. Bαι bäde bbim. Babum. Da. immer Punkte sammeln. Brauch csak. Nananananananananananananananananananananananananan. Dirtpool. Totschwimmbecken. Wie schon gesagt. Sollte ich da rüber? Ich trau mich hier nicht. Aber da blickt was. Da kann ich gar nicht landen. Okay, egal. Gibt es hier was zu sehen? Gibt es hier was zu sehen? Ja, da gibt es was zu sehen. Schön, Punkte. Und weiter geht's. Gen Seal. Zu Mr. Sinister. Der wird deutsch ausgesprochen. Da kann ich nichts mehr... Uh, was ist das? Das Ding sieht nicht aus, wie es VHS braucht. Mal sehen, ob wir hier etwas finden können. Vielleicht diese Energiezelle. Ich wusste doch, dass wir das brauchen. Das sieht wichtig aus. Ui. Nicht, dass jetzt wieder irgendwelche Typen kommen. Wie kommentierend. Ja. Immer genug Kugeln bei uns. Das ist so cool. Okay, ein riesiger Roboterarm. Mit Energiezelle. Hm. Passt schon. Hey, wirst du nicht einen Schalz machen, um uns unser Ding in das Ding zu setzen? Das ist zu einfach. Ja. Okay. Was ist das Geräusch eines robotischen Arms zu klappen? Topstep? Richtig. Topstep. Das Hohle ist prime Jumping-Material. Ich glaube, sie nennen das ein Glory-Hohle. Ähm, nein. Nein, ich glaub, das ist was anderes. Wer schleicht? Das heißt doch bestimmt wieder. Hier ist wer. Da ist wer. Aber zunächst, äh, hol ich mir die Punkte. Und jetzt wird geschlichen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Woo! Zack. Schön. Sehr schön. Ja. Ist ja egal. Wie die riechen. Hauptsache irgendwie. Hauptsache man merkt es. So, nach oben geht es also. Wieder einmal. Ich glaube, wir sind gut genug, um unsere Nummer 1 Fan-Gerl zu treffen. Wie die riechen. Wie die riechen. Wie die riechen. Ja. Ja, äh, mach ich auch immer. Äh, generell immer so hautenge Anzüge. Das ist, äh, schön. Ist das. Also, bei mir nicht, weil bei mir sieht man dann, naja. Mein athletischen Traumkörper. Nennen wir es mal so. Nennen wir es mal so. Was ist das? Sieht aus wie andere Granaten. Blendegranaten oder so, denke ich mal, sind das dann. Die man sich auch kaufen kann, die ich aber nicht mag, weil die doof sind. Niemand mag Blendegranaten, denn die bringen einfach nichts. Ich finde, so Blendegranaten, die machen halt keinen Schaden. Was, was, was will ich dann mit denen? Ha. Punkte. Hm. Muss ich jetzt hier runter? Ja, ich glaube schon. Ist das sie? Schön. Aber erstmal noch gucken. Gleich. Ich muss mich zurückhalten. Muni und Takus sind auch wichtig. Er hat also nicht gelogen. Schön. Ja. 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 Ich würde mich fragen, was das war. Aber ich wollte nicht wissen. Die Zeit ist kurz. Wir müssen dich nach Magneto's alten Citadel, über die Eier. Okay. Stupid fantasy. Don't worry. We'll land a real girl someday. This is our game after. Wade, are you listening? Don't even bother with that security tower. Sinister is up there, broadcasting his... Whoa, whoa, whoa. Hold up. Mr. Sinister is up there? As in the S-hole who killed that other A-hole who was my contract? One side, Summers. I got me some business to finish. Dammit, Wade. Stop. We don't have time to mess with the security towers. Shh. Hmm. Are you ready to die? Oh, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. Verdammt. Komm. Das, das will ich jetzt, das will ich jetzt richtig machen. Das, das lade ich jetzt. Das ist mir jetzt egal. Ist das sie? Drop the beat! And move back, Babes! Mayhem! Let's get it on! Deadpool! Ow! Ow! Ah! Deadpool! Oh, yeah! Deadpool? Yahoo! Oh, I love old 8-bit games! This game isn't old. Or 8-bit moron. Really? Yeah! Okay, numbnuts. Deadpool! Babes! Mayhem! Back to back! Let the quest for booty begin! Cable, what is this? Deadpool! Mayhem! 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 Bring the noise! Now we're talking. Smells like tacos. You like tacos, Wade? Uh... Silence, fool! Back! Back! It's so long! Oh, yeah! Dead! Back! Babes! Mayhem! I didn't sign up for this. Oh, ho, ho! I'm gonna get dizzy! Rise and shine! Could somebody get a microphone? Because this would be a perfect time to drop it! Stop dropping my camera, player! Thing was expensive! Hey, fast, dummy! So, that itch satisfied enough for you? Actually, if you could just reach down and... Oh, hey! Thanks, dudes. We'll be in touch. Call me. Suck it, Wolverine.